In diesem Film möchte ich Ihnen drei Teilbereiche des Entwickeln-Moduls demonstrieren, die sich in der Lightroom 4 Beta deutlich verbessert haben. Dazu gehört eine lokale Rauschreduzierung, ein lokaler Weißabgleich und eine überarbeitete chromatische Aberration. Starten wir mit der Korrektur einer chromatischen Aberration. Dazu wechsle ich vielleicht mal das Bild und zoome mich hier doch stärker in eine Kante des Bildes heran, in der man eine deutliche chromatische Aberration, also eine Verschiebung der Farben an den Kanten erkennen kann. Sie sehen hier oben, dass ich auch nicht in der 1 zu 1 Ansicht bin, sondern damit man das in der Korrektur deutlicher sieht, auf eine Vergrößerungsansicht von 3 zu 1, also auf 300 Prozent gegangen bin. Die chromatische Aberration war immer Teil der Objektivkorrekturen, dort finden Sie sie jetzt auch immer noch. Allerdings ist diese jetzt nicht mehr Bestandteil der objektivbezogenen Profilkorrekturen, sondern ist ganz autonom aktivierbar. Ich kann das einfach aktivieren. Achten Sie mal auf diesen zyrenfarbenen Rand hier und Sie werden sehen, dass dieser gleich weg ist. Das heißt, dieser wird wegkorrigiert, indem die Bilddaten analysiert werden und solche chromatischen Aberrationen aufgefunden und entsprechend global über das Bild korrigiert werden. Und damit erreicht man schon erstaunlich gute Ergebnisse. Weitere Korrekturen, die sich im Detailbereich verbessert haben, sind Korrekturen, die sich auf diese beiden Werkzeuge beziehen, nämlich den Verlaufsfilter und den Korrekturpinsel. Beide Werkzeuge haben einerseits die Anordnung übernommen, die Sie aus der Prozessversion 2012 schon kennengelernt haben. Das heißt, Sie haben auch hier jetzt die mittlerweile fast schon bekannten Regler, Lichtertiefen anstatt Fülllicht und Wiederherstellung und haben vor allem, und das begeistert mich in dieser Beta-Version wirklich vollends, einen Farbtemperaturregler in der lokalen Korrektur. In der vorherigen Version konnten Sie eine lokale Korrektur von Farben tatsächlich nur über dieses unten liegende Farbfeld vornehmen, und das war natürlich nicht befriedigend. Und deshalb war einer meiner größten Wünsche, auch wenn es nur ein kleiner Regler ist, hier eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit für die Farbtemperatur. Und dieser Wunsch wurde erfüllt, deshalb bin ich dieser Beta-Version auch schon so durchweg positiv gegenüber eingestellt. Da kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Gut, schauen wir uns das mal an. Wofür kann ich es gebrauchen? Ganz einfach, wenn ich innerhalb eines Bildes verschiedene Farbtemperaturen miteinander mischen möchte. Hier habe ich nun eine sehr kühle Farbgebung, dennoch war hier unten die Stadt, also es waren Lichter, die hochstrahlten, und hier könnte ich jetzt gut eine wärmere Farbgebung hier im Beton gebrauchen, ohne dass halt die recht schöne kalte Stimmung hier im Glas rauskorrigiert wird. Und dafür nutze ich natürlich lokale Korrekturen, wie zum Beispiel den Korrekturpinsel. Alle Regler sind auf Null, also mache ich nur eine grobe Steuerung. Ich möchte die Temperatur ein bisschen in die wärmere Richtung korrigieren und dabei auch gleichzeitig ein bisschen die Belichtung anheben. So, und dann male ich einfach mit einem deutlich kleineren Pinsel, ich kann mir das Histogramm mal zumachen, dann haben wir hier auch einen besseren Überblick. Sorge dafür, dass das Ganze gleich automatisch maskiert wird und kann dann mit meiner Korrektureinstellung hier einmal pauschal über den Betonbereich dieses Turms rüberfahren. So, das war's auch schon und jetzt kann ich nach der Korrektur natürlich noch weiter steuern, ob dieser untere Bereich noch heller sein soll, ob die Farbtemperatur noch mehr ins Warme, wieder zurück ins Kalte oder auch noch zusätzlich mit der Tönung, also dem Farbton, bearbeitet werden soll. Schauen wir uns kurz mal die Vergleichsansicht an. Hier habe ich allerdings vorher schon die grundsätzliche Kontrastkorrektur gemacht, also wir müssen im Protokoll einfach kurz mal schauen, wo wir waren, bevor wir unsere lokale Korrektur gemacht haben. Das ist hier beim Pinselstrich und diesen Protokollstatus werde ich kurz mal für die Vergleichsansicht mit rechter Maustaste nach vorher, also in die Vorheransicht kopieren und so können wir sehr schön vergleichen. Wie das Ganze im Vergleich aussieht. Und wenn ich mir das so anschaue, sehe ich, dass ich eigentlich hier tatsächlich noch wärmer werden kann, um mein Ziel von vorhin zu erreichen und noch ein bisschen mehr zu verstärken. Und machen wir vielleicht noch eine Sache, dass wir jetzt gegenläufig arbeiten und den Himmel- und den Außenbereich mit einem neuen Korrekturpinsel gegenläufig korrigieren, also noch deutlich kühler. Ich gehe jetzt mit dem neuen Pinsel erstmal mit gedrückter Alt-Taste auf die Effekte, um alles zurückzusetzen, um dann nur den Farbtemperaturregler in die kalte Richtung zu ziehen. Vielleicht die Settingung ein wenig anzuheben und die Klarheit, also den Detailkontrast. Und dann arbeite ich mit einem großen Pinsel, der dann pauschal hier diesen Himmelsbereich bearbeiten kann. So lassen wir ihn mal arbeiten und dann mache ich es gleichzeitig noch ein bisschen dunkler, damit es noch ein bisschen düsterer wirkt. So, das kommt doch schon sehr dem nahe, was ich machen wollte. Und jetzt ziehe ich mit einem kleineren Pinsel, aber dennoch einem maskierenden Pinsel hier nochmal die Restbereiche zu und kann so meine lokale Korrektur abschließen. Wie schon immer im Korrekturpinsel oder im Verlaufsfilter kann ich natürlich jetzt hier noch einzelne Nachkorrekturen machen, kann halt hier den Detailkontrast noch verstärken, den Grundkontrast noch verstärken und so die Wirkung noch dramatischer machen. Aber das sind Sachen, die ich bis auf die Farbtemperatur auch vorher schon konnte. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine weitere Sache zeigen, eine weitere Korrektur, die sich in den lokalen Werkzeugen verbirgt und das ist eine lokale Rauschreduzierung. Dieses Motiv werde ich jetzt erstmal mit den Grundeinstellungen korrigieren. Das heißt, ich werde hier versuchen, in erster Linie mit den Lichtern und Tiefen zu arbeiten, indem ich die Lichter anhebe, aber auch die Tiefen ohne groß an der Belichtung zu steuern, um die gesamten Mitteltöne hier ein bisschen mehr anzuheben, aber trotzdem das Weiß und Schwarz, also das, was den Nachtkontrast hier im Bild ausmacht, darzulassen, wo es ist. Die Belichtung hebe ich jetzt doch noch ein bisschen an, um Ihnen den Fehler zu zeigen, beziehungsweise das zu zeigen, was dann natürlich ganz gräuselig wirkt und das sehen wir am besten, wenn wir uns ranzoomen. Das ist natürlich das Rauschen, was sich hier dann ganz doll zeigt und auch hier schon sichtbar ist. Für dieses Rauschen habe ich natürlich auch eine pauschale Korrektur. Nach wie vor verbirgt sich diese in den Details. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen und kann für eine Ecke des Bildes die Rauschreduzierung starten. Und Sie sehen schon, dass hier die reine Farbrauschreduzierung nicht reicht. Ich muss tatsächlich in die Luminanzrauschreduzierung reingehen, die ja doch immer einhergeht mit einer eher Glättung oder Weichzeichnung des Bildes. Diese kann ich zwar über den Detail- und Kontrastregler etwas gegensteuern, allerdings sollte man nach wie vor mit der Luminanzrauschreduzierung vorsichtig sein. So, und Sie sehen schon, dass das Ganze weicher wird. Ich muss sagen, dass ich in den ganz dunklen Bereichen eigentlich jetzt schon aufhören könnte, weil da sieht man kaum noch Rauschen. Hier in den hellen Himmelsbereichen sieht man das aber noch sehr stark. Das heißt, hier müsste ich die Luminanzrauschreduzierung so stark anheben, dass es wirklich sehr, sehr weich wird im Bild. Sie sehen das hier schon. Das ist deutlich zu weich gezeichnet und so möchte ich es auch nicht haben. Deshalb beschränke ich die Luminanzrauschreduzierung global wirklich auf ein Minimum, dass es in den schwarzen Bereichen so geglättet ist, dass es für mich genug ist und gehe dann in meinen Korrekturpinsel und kann dann in den einzelnen Bereichen, wo ich noch mehr Rauschen reduzieren möchte, nochmal extra arbeiten. Sie sehen hier unten, dass es für die Schärfe, für das Rauschen, also für die Störung und zusätzlich noch für ein Moiré lokale Korrekturen gibt. Ein Moiré, das normalerweise durch die Interferenz von einem Muster im Bild und dem digitalen Muster des Fotos zustande kommt, das kann hier ebenfalls korrigiert werden, auch durch einen Weichzeichnungsalgorithmus. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Störung und ich stelle hier einen relativ hohen Wert ein, um dann erstmal zu sehen, wie sich das Ganze auswirkt und male jetzt mal nur über diesen Teilbereich des Bildes. So, ich lasse mal kurz los. Und dann wird das Ganze errechnet. Wir sehen hier den Bereich, den ich schon bearbeitet habe. Die automatische Maskierung nehme ich mal raus, damit ich den Bereich noch mehr glätten kann. Und jetzt kann ich die Stärke der Störung oder der Störungsreduzierung einstellen. Erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen generell zu den Reglern gesagt habe. Die Störung jetzt ins Dunkle zu ziehen würde heißen, dass ich sie verstärken würde. Die Störung ins Helle ziehen heißt, dass ich es glätte. Das heißt, ich kann jetzt den Himmelsbereich deutlich glätten, ohne dass es dann in die anderen Bildbereiche noch weiter eingreift. Und das wäre eine Möglichkeit, wie ich selektiv arbeiten kann und selektiv eine Rauschreduzierung vornehmen kann, die jetzt in diesem Motiv in erster Linie im hellen Himmel stattfinden würde, in Standardmotiven oft in aufgehellten Schattenbereichen vorgenommen werden muss.